Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Elias ist ein junger Rapper aus Düsseldorf. Im Juni letzten Jahres veröffentlichte er sein Mixtape Flyest Alive. Jetzt steht sein Debütalbum an. Came From Nothing kommt mit 15 Tracks und beinhaltet keine Features. Das Release kommt über Epic Records und erscheint als CD und auch als Box. Green Highland. Im Juni 2019 erschien mit Smaragd das letzte Album von Green. Etwas mehr als ein Jahr später legt der Mannheimer nun mit Album Nummer 3 nach. Highland beinhaltet 15 Tracks, Features wurden keine bekannt gegeben. Das Album kommt über Ivory Vibrations Records und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Box. Fahad, Narzizi. Das letzte Album von Fahad, Alter Ego 2, erschien im März 2018. Im August 2018 folgte dann noch das Mixtape Haboops Vol. 1. Jetzt steht mit Narzizi das siebte Album des Glattbäckers an. Narzizi kommt mit 21 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Kollegah und PA Sports. Das Release kommt über Ruhrportelite und erscheint als Box. Dame Rock EP. Im September 2019 erschien mit Zeus das letzte Album von Dame. Dass Dame in seiner Musik offen für diverse Genres ist, hat er schon mit seiner 2015 erschienenen Soul EP bewiesen. Fünf Jahre später kommt nun der Österreicher mit seiner Rock EP. Die Rock EP beinhaltet sieben Tracks, Feature gibt es eines und dieses kommt von Maze. Die EP kommt über Dame Stream Records und erscheint als Bundle. Edo Saja Lunar. Im Mai diesen Jahres veröffentlichte Edo Saja sein letztes Album, The Entire History of You. Nur knapp vier Monate später kommt der Kölner nun mit seinem neuesten Album. Die Tracklist wurde noch nicht komplett bekannt gegeben. Features kommen unter anderem von Felix, Kid Cairo und Olsen. Das Release kommt über Rekordchat und erscheint als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.